Klug, charmant, souverän. So kann man Brigitte Macron, First Lady von Frankreich, definitiv beschreiben. Am 13. April 2023 feiert sie ihren 70. Geburtstag. Anlässlich ihres Jubiläums widmen wir uns den schönsten Looks der stilbewussten Prämie Dame. Wie man einen modischen Glanzauftritt hinlegt, muss man der Ehefrau von Emmanuel Macron wirklich nicht mehr erklären. Ihre Outfits sind stets elegant, vornehm und exquisit. Ganz so, wie man es von der Ehefrau eines Präsidenten auch erwarten würde. Mit Königin Maxima der Niederlande liefert sich Prischit bei ihrem Niederlandebesuch ein regelrechtes Style-Duell. Die eine in blau, die andere in rot. Knallige Farben stehen Frankreichs First Lady ausgezeichnet. Noch lieber aber trägt sie dezente Farben wie beige oder weiß. Die 70-Jährige muss sich nicht farblich in den Vordergrund drängen, sie strahlt auch in gedeckten Farben Präsenz aus. Puristische Hosenanzüge, klassische Mäntel und perfekt sitzende Kleider. Ohne viel Schnickschnack oder Ausschnitt sind ihr Markenzeichen. Wird es einmal sonnig, kommen graziöse Sonnenbrillen zum Einsatz. Immer ein absoluter Blickfang sind dabei Brigitte Macrons durchtrainierte Beine, die die Präsidentengattin auch mit ihren 70 Jahren gerne in Szene setzt. Sie ist die Älteste mit dem kürzesten Kleid. Und sie kann es tragen, schreibt der Stern einst. Da könnte man doch glatt neidisch werden. Und ja, selbst beim Sport, etwa dem Nordic Walking, macht die Premiere Damm eine gute Figur und stellt modisch alle in den Schatten. Und soll es einmal ein Partnerlook-Auftritt mit ihrem Liebsten Emmanuel Macron sein, liefert Brigitte auch hier regelmäßige Fashion-Volltreffer. Selbstverständlich sitzt auch ihre Frisur jedes Mal perfekt. Frankreichs First Lady ist schließlich eine echte Stil-Ikone. Untertitelung des ZDF, 2020